oder ob du vielleicht mal halt die fresse ich mach ansag' gell so? mach ansag' gell Willkommen! Das ist richtig geil! Bei Marten ist das richtig cool, der zählt nicht, der macht einfach Willkommen zu Rage Mode, wir spielen mit Rampless und dem Subcrafter. Ich bin jetzt ein Verrecken und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Ich hatte gerade irgendwas Sinnvolles im Kopf, aber... Aber das bleibt nicht lange da im Kopf, ne? Ne, das ist das Problem, deswegen sage ich auch selten so sinnvolle Sachen. STIRRM! Nein! Okay, der ist scheiße geflogen. BOOM! Der Banger hat auf jeden Fall irgendwas an oder so, weil... Der hat was an? Klamotten vielleicht oder so? Nein. Ach komm. Shit, der hat mich selber in die Luft gesprengt. Haha, Lappen. Tja. Pech. Uuuuh, ich hab' nicht in die Luft gejagt? Yes! Das war nicht... Das war nicht ich? LOL. Faggot-System hier, Alter. Hm. Oh, was ist das denn? Das ist... Sparta! Peter, du Wichser! Genau, Peter, du Wichser, ey. Ich hab' fünf Tode, bist du mich denn verarschen? Haha. Aber du ein Lappen bist. Ein Lappen! Ich hab' immer die Typen geil, die mit einer Schere einfach geradeaus auf dich zulaufen. Haha. Äh, jetzt würde ich von hinten gewogen, wirklich. Das ist ja cool. Wär's schön. Diese Leute, die von hinten kommen... Wär's schön. Diese Leute, die von hinten kommen, mag ich überhaupt nicht. Meinst du, Hugo zu Zöller? Du, der kämpft dich, schwul. Also du, Kevin. Ehh! Man! Das rollt hier voll rum! Zeig' dich doch! Geh' doch! Bitch, Kevin. Baaah! Peter! Looooooool! Ah, Kevin, du bist letzter. Scheiße! Was, du bist letzter? Ich hab' auch gut gesagt. Nein! 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 Pu run. Zeig' dich dreht. Ich bin vor Kevin im PvP! Junge, was ist da denn los? Was ist da denn los? Es ist einfach Skill, ich! Oh! Merkst du selber, oder? Das passt nicht. Ey, ich hab 15 Punkte, Mat. O Bo. Ich hab' 215. Kevin, bleib mal stehen, lass ihn mal treffen. Fick dich! Nein! Lass' doch nur mal treffen. Nein! 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 Scheiße! Bitch! Boah was war das denn für ne Raucher nachher? Das gibt's doch nicht. Ich bin 100 Meter grad in die Luft geflogen. 100 Meter? Wirklich? Abosiv! Dicker, sieiv! Kevin geht ab. Wir müssen Kevin glaub ich mal wieder zurücksetzen. Ja. Peter, ich bin hinter dir. Was war das? Nein! Guck mal, wir hätten dir das Leben gerettet. Was machst du? Killst mich rücksichtslos. Scheiße, nein! Oh, was für ein Lacker alter. Böse, böse, böse. Hehehe. Ja, das... Wie geht das? Nooo! Das war episch. Alter, du... Fickfresse. Ja... Oh mein Rechtsknick geht schon wieder nicht, alter! Hehehe. Oh wie geil! Hier schon wieder nicht genau wie zu töten, wenn das nicht geht, du Bastardfresse, ey! Also wenn ihr, Martin, eine neue rauskaufen wollt, dann meldet euch... Ja, spontan wir mal ne Maus, alter! Das ist ja richtig schlimm! Oh nein, ich bin tot! So, fick dich, du... Drecksfresse, alter! Ich bin Erster! Läuuf! Oh, Mann, alter! Kann doch nicht angehen, dass du Erster bist. Nee, das sag ich mir nicht. Läuuf! Du grad gestorben bist! Fuck! Au, ich bin Erster! Fick dich! Ah, wie geil! Ja, ne? Ja! Was kann ich denn dafür, wenn du wie ein Hoppehäschen nimmst, alter! Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreiter! Nein, ich fall voll zurück! Ich hab mal Kevin wieder ein bisschen zurückgesetzt. Ist das gut, Martin? Sehr gut sogar, ja. Ja, ich messere ihn! Ja, das ist... Das ist schlimm! Das macht mich depressiv! Depressiv wegen Rage Mode! Du bist ja noch schlimmer als wenn du besoffen spielst, ey! Wer sagt denn, dass ich's nicht bin? Wow! Ich bin besoffen, ich trinke nur ein Bierchen oder so, alter! Bierchen? Ja! Oder auch ne ganze Kiste! Ja, ich mein, ich hab hier zwar ne 3 Liter Morgenflasche neben mir stehen, aber Wayne! Aber Wayne! Aber Wayne! Wayne interessiert! Ah! Nein, nein, nein! Ich hab dich gemessen! So, getroffen! Ha! 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 Nein! Ha! 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 Ich geh ab, Digga! Ha! 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 Ich bin vor, Kevin! Ich bin vor, Kevin! Ja, danke für's Zuschauen! Äh, schaut in die Beschreibung, da findet ihr die Kanäle von den anderen beiden, die könnt ihr abonnieren. Ich würde das nicht machen, weil die einfach nur schlecht sind und, ähm, ja, bis dann! Ciao! Tschö! Bis zum nächsten Mal.